...diese Praxis verschwinden. Die Politik wurde angewiesen, eine neue Gesetzesgrundlage zu schaffen. Solange müssen alle gesammelten Daten von den Providern gelöscht werden. Gerade im Bereich der Kinderpornografie im Internet konnte so ein gefährlicher, rechtsfreier Raum entstehen, warnt der Präsident des Bundeskriminalamtes. Deshalb waren wir ganz überrascht, dass die Politik sich bis heute Zeit gelassen hat, noch keine entsprechende Regelung zu erlassen. Denn wir stellen fest, dass nach diesem halben Jahr etwa 80% der Anträge, die wir gestellt haben, um Kinderpornografie verfolgen zu können, ins Leere laufen. Wir ermitteln natürlich weiter in diesen Fällen. Und im Gesamtergebnis können wir 60% dieser Fälle endgültig nicht mehr aufklären. Bei der Hausdurchsuchung im Raum Hannover wurde der 22-jährige Beschuldigte nicht angetroffen. Aber Dieter Scholz und seine Kollegen haben die entsprechenden Geräte beschlagnahmt. Auf den Computerspezialisten Thorsten Steinert wartet eine Menge Arbeit. Würde man die auf den Testplatten gespeicherten Dateien umrechnen, ergäbe das eine Strecke von über 200 Kilometern nebeneinander gestellter DIN A4 Ordner. Inzwischen wurde auch der Beschuldigte verhört. Er wollte sich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr verpflichten. Dieter Scholz ist sich ziemlich sicher, dass der Mann etwas zu verbergen hat. Aber er hat mir versichert, will da nichts hin. Und da war er sich sehr sicher. Entweder hat er dann wirklich nichts oder er hat es gut versteckt, beziehungsweise in welche Container gepackt oder so was oder geschreddert. Aber er hat ein Wissersystem drauf. Das heißt, wenn er Bilder drauf gehabt hat, haben wir eine sehr gute Samstabee, die komplett alle Bilder dokumentiert. Also insofern... Also fassen wir uns noch mal mit Geduld und gucken, was du so erreichen willst. Schauen wir mal. Hat er denn irgendwas dazu gesagt bezüglich des Chats? Hat er gesagt, dass er den Chat gemacht hat oder nicht? Er hat gesagt, das war er nicht. Alle machen Fehler. Und diese Fehler will das Team finden. Hat der Beschuldigte in den zigtausenden Dateien irgendein kinderpornografisches Foto übersehen und vielleicht doch noch nicht gelöscht? Das kann man sich so gar nicht alles angucken. Das ist nicht teilweise so dieser Jäger- und Sammler-Trieb, dass die dann unbedingt alles haben wollen. Das war es auch schon. Das ist auch alt genug hier, oder? Ja. Vom Beschuldigten werden Fingerabdrücke genommen und der Wirt von der Polizei fotografiert. Sollte der 22-jährige Mann tatsächlich kinderpornografische Dateien besessen oder angeboten haben, muss er mit einer Anklage rechnen. Er wäre einer der wenigen Täter, die trotz des Verbots der Vorratsdatenspeicherung überführt werden konnten. Ich habe ja nun auch ein Ei drauf geschworen, Strafverhandlung zu erforschen. Und natürlich versuche ich auch, alle Möglichkeiten, die ich als Ermittler habe, auszuschöpfen. Und wenn dann einem da doch irgendwo Steine in den Weg gelegt werden, dann muss man das sportlich nehmen. Man muss auch mit Niederlagen leben. Der Austausch von Kinderpornografie im Internet findet im Verborgenen statt. Isoliert und zurückgezogen oder mit der Maske der Gutbürgerlichkeit. Im Internet findet man Gleichgesinnte. Niemand im persönlichen und beruflichen Umfeld ahnt etwas. Sexuell missbrauchte Kinder müssen durchschnittlich sieben Erwachsene ansprechen, bis eine erste Person ihnen glaubt. Erst die Ärzte und Therapeuten erkennen das wahre Ausmaß der Erniedrigung. Jetzt muss ich mal sehr explizit werden. Nach und nach weiten sie den Schließmuskel im Po des Kindes. Nach und nach weiten sie die Vagina, damit sie immer weiter eindringen können. Sie kommen dann auf die Idee, als wäre es ihre erste Idee, sie könnten auch mal Fotos machen. Sie sind vorher wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, im Internet gewesen, haben mitgekriegt, dass man dort Dateien bekommen kann, wenn man selber welche reinstellt. Sie sind in diesen Newsgroups auf den schwarzen Brettern gewesen, haben getauscht. Und sie können sozusagen dann auch so ein Werbevideo von ihrem eigenen Kind oder von einem Nachbarskind, was sie gerade haben, nehmen und reinstellen. Eine Grundschule in Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Sechs- bis zehnjährige Kinder sind am meisten von sexuellem Missbrauch betroffen. Deshalb sollen sie so früh wie möglich über die Gefahren im Internet aufgeklärt werden. Der Hamburger Verein Dunkelziffer und Schauspieler der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück zeigen den Schülern einer dritten Klasse und ihren Eltern Szenen, wie sie sich häufig im Alltag ereignen. Ein Mädchen hat sich im Chat mit einem tollen und, wie sie meint, gleichaltrigen Jungen unterhalten. Er will sich mit ihr verabreden. Das Erkennungszeichen. Ein kleiner schwarzer Hund. Auf dem Nachhauseweg können wir uns ja treffen. Toll. Aber ich habe morgen sechs Stunden. Kein Problem. Ich auch. Im Stadtpark. Da spielt Blacky so gerne. Okay? Ja, gut. Okay. Liegt ja auf dem Heimweg. Sag ich doch. Wie siehst du eigentlich aus? Es ist eigentlich die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Wenn du ein Nein-Gefühl hast oder wenn dir etwas komisch vorkommt, geh aus dem Chat raus und hol dir Hilfe bei deinen Eltern. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass die Eltern dafür erreichbar sind und dass das Vertrauensverhältnis da ist. Blacky! Blacky! Urs! Hey, wo seid ihr? Hier hinten. Wo? Hier hinten im Busch. Blacky hat sich in so einem Loch verbuddelt. Mist. Ach, komm doch mal raus, Blacky. Kannst du mir nicht mal helfen? Wer sind Sie denn? Das Nein-Gefühl, das Sich-Wehren, der Widerstand. Das ist das Ziel der Präventionsarbeit schon in der Grundschule. Nicht nur die Opfer, auch die Täter werden immer jünger. Und wir sehen, dass gerade die gefährdeten Kinder und Jugendlichen, gerade die Jungs, in einem hohen Ausmaß, so um die 20 Prozent, doch sehr regelmäßig, mehrfach die Woche auch härtere Pornos gucken, auch Kinderporno immer wieder gucken. Und das ist sozusagen Nachwuchs für die Täter. Das sind natürlich alles Kinder und Jugendliche, die selber gefährdet sind. Manche davon sind selbst betroffen, weil sie dasselbe erlebt haben. Andere sind auf der Suche nach dem ultimativen Kick. Wir wissen, etwa ein Drittel der Täter hat selbst sexuelle Gewalt erfahren. Und zwei Drittel, die kommen so im Laufe des Lebens drauf, was sie am meisten heiß macht sozusagen. Und da gibt das Internet viel her. Wochen hat sich Thorsten Steinert mit dem beschlagnahmten Computer beschäftigt. Und er ist fündig geworden. Irgendwo versteckt in den Hunderttausenden von gespeicherten Daten hat er tatsächlich kinderpornografische Fotos und Filme entdeckt. Er hat ja mir gegenüber gesagt, wir werden da nichts finden. Und er war sich ja ziemlich sicher. Sind diese Bilder denn so abgelegt, dass es schwierig völlig war? Nee. Also eigentlich, als ich die Bilder durchgeguckt habe, aber ich kann jetzt auch zeigen, muss ich mal gucken, das war also eigentlich nicht schwer, die zu finden, weil sie auch nicht gelöscht waren. Also sie waren komplett ungelöscht. Ich denke mal, dass er vielleicht die Aussage drauf hat deshalb, weil er Unmengen an Pornobildern drauf hatte. Wirklich Unmengen. Und ich gehe mal davon aus, bei dem großen Datenbestand, dass das wahrscheinlich irgendwann vergessen wurde. Oder ich weiß es nicht. Dass er wahrscheinlich gedacht hat, er hätte es gelöscht, aber hat es nicht. Also dieses Bild, das ist ja ein klassisches Bild, wo diese 30-Jährige, sage ich mal, mit dem 10-11-Jährigen da im Bette liegt, sieht die große Schenkelspreize und er liegt praktisch zwischen ihren Beinen. Der Junge ist auch noch in sämtlichen anderen Variationen aufgenommen worden dabei. Also hier, das ist zwar ein sehr bekanntes Bild, aber ich habe auch schon einen Rechner gehabt, wo halt die komplette Bilderserie mit dabei ist von dem Jungen. Hier oben sieht man auf jeden Fall ein kinderpornografisches Bild. Ich sage mal, ich möchte nicht falsch liegen, aber ich sage mal, dieses Mädchen ist zwischen 10 und 12, höchstens 12, eher 10. Das sitzt da praktisch auf einem 25-30-Jährigen Mann, irgendwo am Strand oder so. Das wird natürlich ganz klar hier in ganz ekliger Weise auch der geschlechtsverkehr, der vaginale Geschlechtsverkehr gezeigt. Auch in den Tauschbörsen im Internet bestimmen Angebot und Nachfrage den Konsum. Man knüpft Kontakte und wird handelseinig. Die Ware, Abbildungen missbrauchter Kinder. Schick mal deine Jüngste. Moment, muss raussuchen. Das war jetzt nicht die ganz Jüngste? Hm, dann schick mal die Jüngste. Am besten ganz nackt. Erst du wieder, die war auch geil. Schick von deiner die ganze Serie. Dann will ich aber auch mehr. Welches Alter findest am geilsten? Jetzt erst du. 12 bis 16? Ja, genau. Hast du weitere in dem Alter oder Videos? Hast du noch was von den Jungenfotzen? Ja, aber schau erst mal du, was du noch so hast. Ja, aber du bist eh mit Schicken dran. Pädokriminelle Kunden suchen immer neue Kontakte. Sie surfen durch Schülerbörsen und andere Social Communities. Sie werfen Suchmaschinen an und lauern auf die Webcams in den Kinderzimmern. Der Verein Dunkelziffer in Hamburg veranstaltet regelmäßig Seminare für Richter, Staatsanwälte und Kriminalbeamte wie Dieter Scholz. Opferhilfe und Tätersuche stehen im Blickpunkt. Ich finde, dass sie da wirklich einen hoch anspruchsvollen Arbeitsbereich ausüben, wo es ganz wichtig ist, auch sorgfältig auf sich zu achten. Und sich auch einzugestehen, dass es manchmal Situationen und Vernehmungen gibt, mit denen es ihnen auch nicht gut geht. Für den Verein Dunkelziffer ist Carmen Kerger oft unterwegs. Ihr ist es wichtig, dass die Ermittler noch mehr über die Opfer erfahren. Wie sehr der erlittene sexuelle Missbrauch Mädchen oder Jungen noch Jahre nach der Tat belastet. Kinder schweigen nicht, weil sie nichts sagen wollen, sondern die schweigen, weil sie nichts sagen können. Sie haben ein komisches Gefühl, sie sind verunsichert, sie haben Angst, sie haben Schmerzen. Aber niemand von außen reagiert darauf. Die haben keine Sprache dafür. Das heißt, es geht ganz zentral darum, auch Sprachlosigkeit zu überwinden, Worte zu schaffen und vor allen Dingen immer deutlich zu machen, niemals ist ein Kind schuld, wenn es sexuell missbraucht wird. Schuld hat einzig und allein der Täter. Und ich weiß nicht, wie viele Verfahren sie bearbeiten, wenn es eben um sexuelle Übergriffe auch im Internet geht. Da wird das Gefühl von Schuld noch massiv verstärkt, gerade wenn es vorher Chat-Dialoge gegeben hat. Oder auch in den Chat-Dialogen schon mal so sexuelle Themen angesprochen wurde, wo die Neugier da war. Dass eine wahnsinnige Angst da ist, wenn das gelesen wird, meine Eltern oder bei der Polizei, dann wird mir niemand glauben, dass ich den Rest nicht wollte. Weil ich habe das und das ja schon gesagt. Das heißt, da ist die Dokumentation auf der einen Seite etwas, was ihnen in der Arbeit möglicherweise hilfreich ist. Was mit Blick auf die Opfer, aber die Schuld- und Schamgefühle verstärkt. Carmen Kerger zeigt eine Dokumentation aufgeklärter Fälle. Die mit Kinderfotos behängten Wände eines Pädosexuellen oder die gezielte Manipulation persönlicher Fotos von Jugendlichen oft unbedacht ins Netz gestellt. Hier ist ein Beispiel von Fotos, die in Profilen verwendet worden sind. Eine 13- und 14-Jährige, wo der Beschuldigte die Fotos runtergeladen hat, in einem Bildbearbeitungsprogramm eingefügt hat und dann den Kopf dieser Jugendlichen ausgeschnitten hat, um sie auf das Bild einer erwachsenen Frau zu setzen. Sodass dann letztendlich der Körper der Frau mit den geöffneten Beinen und der Kopf des Mädchens als neues Bild entstanden ist und so auch wieder im Internet verbreitet wurde. Das ist ein Problem, das gibt es auch anderswo. Das ist das sogenannte Weggucken. Das Weggucken, wenn jemand auf dem Bahnsteig verprügelt wird, das Weggucken, das Weglaufen, das Nicht-Einschreiten. Und genau dasselbe Phänomen haben wir auch im Internet. Und hier darf man halt nicht weggucken. Und hier muss man immer wieder Anstöße geben, dass sich das Bewusstsein in der Bevölkerung, das Bewusstsein unserer Politiker, dass sich das verändert. Lange glaubte die 15-jährige Marie, das Trauma in ihrer Kindheit überwunden zu haben. Den sexuellen Missbrauch begangen von einem Nachbarn. Doch dann kam alles wieder hoch. Marie musste in eine Klinik. Ich hatte ja immer schon so Trennungsängste und dann war da noch der Druck in der Schule. Ich habe mir nichts mehr zugetraut. Wenn ich auf die Straße gegangen bin, sobald irgendjemand, ein Jugendlicher kam oder so, habe ich totale Angst bekommen.